Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Show von dieser App hier und die App heißt Web Recorder Demo. Geile Scheiße. Und ich kann jetzt so gut wie nichts machen. Ich bin auf YouTube. Ja, aber was ich jetzt finde, man kann hier glaube ich nicht. Alter. LOL. Wie sind hier? LOL. LOL. Ich will. LOL. Ich glaube, das könnte man als Fehlaufnahme nennen. Okay, ich gehe zurück. LOL. Alter. Da geht mir übrigens so ein Scheiß ein. LOL. LOL. LOL Das Passwort. LOL. Anmelden. Okay. Nicht keine Utilie machen. Ich weiß. LOL. Ich bin Gollum LP. Okay, ja, dieses Video solltet ihr euch einfach angucken. Also dieses Video, das ist jetzt eine kleine Fehlaufnahme, aber schlagt trotzdem hoch. Ich habe es ja trotzdem hochgeladen, ja. Ja, das ist eine kleine Fehlaufnahme, aber es ist ziemlich nützlich, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine gewisse Internetseite einer Freund schauen wollt und keinen Link machen könnt oder so, macht ihr einfach ein kleines Video oder, ja. Also ich hoffe, ihr abonniert mich, was ihr hoffentlich auch tun werdet. Bitte abonnieren! Ja, also, Tschüssilein!